Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch ein wunderschönen Start in die neue Handelswoche. Ja, Bitcoin bei knapp 28.000 US-Dollar. Wir sind in der Spitze sogar über die 28.400 US-Dollar gekommen. Wir haben kein höheres Hoch. Der Plan hat erstmal so gesessen, wie wir das am Wochenende besprochen haben. Trotzdem, wir sind, glaube ich, noch nicht so aus dem Gröbsten raus. Dafür fehlt uns noch einiges. Wie wir das jetzt möglicherweise handeln können, wie wir uns jetzt weiter positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch ein kleiner Blick auf Ethereum. News-Lage ist heute relativ dünn. Deutschland, Feiertag. USA hat offen, aber da warten wir erstmal so gegen Nachmittag ab. Aber News an sich stehen von heute bis Mittwoch erst einmal keine wichtigen an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer gerne ein Like da, abonntet den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Hier kriegt ihr dann auch ab und zu mal so kleine Signale, wenn ich keinen Bock habe, irgendwie Videos zu machen, sowas wie gestern, Wettergenossen. Da war das Ziel klar. Die 28 bis 28.04 gestern reingepostet und perfekt fast auf den Dollar genau abgeholt. Außerdem noch ein kleines Stückchen Werbung hier rein. BingX hat wieder eine Einzahlungsaktion. Das gilt jetzt für 10 Tage, beziehungsweise vom 29.05. bis 7.06. Wenn ihr einzahlt, zum Beispiel hier 300 USDT, kriegt ihr 100 USDT mit 10er Hebel for free. Ist zusätzlich zu den normalen Trades im Endeffekt. Ich glaube, beim letzten Mal haben viele einiges mitnehmen können. Also schaut euch das gerne an. Den Link werde ich euch auf jeden Fall noch unten in die Videobeschreibung packen. Beziehungsweise schaut euch das einfach an. Pausiert hier das Video. Da seht ihr dann im Endeffekt, was ihr bekommt. Coole Aktionen wieder. Also im Endeffekt gilt es auch für alle, die sich bereits über den Link von mir registriert haben und auch natürlich für alle neun. Relativ easy. Wenn ihr das mitnehmen wollt, nehmt es auf jeden Fall mit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei knapp 28.000 USD nach derzeitigen Stand. Wir haben heute Nacht so einen kleinen Wig auf dem 4H bekommen auf ungefähr 28.450. Nicht wirklich geil. Also wir haben das CME-Gap noch, ich glaube, bei 26.750. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich nochmal in die Telegram-Gruppe gucken. Aber so in dem Dreh auf jeden Fall liegt momentan unser CME-Gap. Volumen ist ein bisschen mehr reingekommen, wenn wir uns das jetzt gerade mal auf dem 4-Stunden-Chart angucken. Aber wie gesagt, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Wir haben die Liquidität über diesen Hochs hier drüben abgegriffen. Und wer die Videos von letzter Woche immer mal wieder gesehen hat, wir haben zwei Level immer wieder mal am Blick gehabt. Wenn wir uns das FIP-Level einerseits hier, ne, das wollte ich nicht, wenn wir uns das FIP-Level einmal von hier ziehen, sind wir jetzt genau hier im Golden Pocket erst einmal rejected worden. Das heißt, die ganze Abwärtsbewegung hat jetzt ihren Retest bekommen. Deswegen war auch so das Ziel ungefähr bei 28.400 USD. Haben wir abgefischt, Golden Pocket rejected. Jetzt wird es interessant. RSI deutlich übergekauft nach jetzigem Stand. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame. Auch hier deutlich übergekauft. Keine Barish Divergence bis jetzt. Eigentlich gutes Zeichen für einen Abtrend. Auch das Volumen sehr, sehr stark zugenommen. Die letzten, so über Nacht zumindest, sehr, sehr schöne Candles nach oben. Hat natürlich auch so ein bisschen mit dieser Schuldenobergrenze zu tun. Angeblich sind sich die Republikaner und Demokraten erst einmal einig. Ganz gut. Mittwoch muss es nur durch den Kongress. Und da wird es dann interessant werden, ob das wirklich durch den Kongress dann auch wirklich kommt. Angeblich sind es nur noch Einzelheiten oder Feinheiten. Aber gut, da muss man dann im Endeffekt dann schauen, ob das wirklich so ist. Wichtig war jetzt erstmal, zumindest die Liquidität aus diesen Bereichen rauszunehmen. Der nächste Step wird es sein, können wir uns über diesen Bereich hier oben halten. Wir haben auch auf den 1-Stunden-Chart, wenn ihr das seht, kein höheres Hoch mehr reinbekommen. Wir sind leider auch hier knapp rejected worden. Das deutet für mich eher darauf hin, okay, wir haben uns die Liquidität geholt und werden jetzt wieder ein bisschen nach unten hingehen. So richtig überzeugt von diesem Pump bin ich nicht klar. Die Bewegung war abzusehen. Darüber haben wir die letzten Tage immer wieder gesprochen, dass eine Erholung drin ist. Auch durch die Funding-Rates, durch die News, die alles jetzt draußen sind. Bullish Divergence hatten wir, wo wir auch drüber gesprochen haben. Aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht. Und da könnte halt jetzt eben dieser Bereich hier oben nochmal angetestet werden. Das heißt, die 28.450 bis 28.600 sind nochmal so ein Bereich, den wir antesten könnten. Kleines Doppeltop-Bilden schließen wir dann unter diesem Hoch. Ich sage mal mindestens 28.400, einfach nur um die Liquidität über den Hochs zu fischen. Dann sieht es relativ übel aus. Und wir könnten erstmal wieder eine Korrektur bekommen, die uns dann zumindest das CME Gap wiederbringen würde, bei ungefähr 26.700 US-Dollar. Das ist jetzt auch erstmal der Plan. Also Long bei mir ist jetzt so 50% zu, die ich hier unten eröffnet habe am Wochenende. Aber Short traue ich mich in jetzigen Stand noch nicht rein. Ich warte eher, okay, holen wir uns das Doppeltop. Dann vielleicht so eine kleine Hedge-Position. Das heißt, wir machen vom Long einfach nochmal 25% Short rein. Das können wir zum Beispiel probieren mit einem relativ tighten Stop-Loss, weil wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz. Das heißt, wir könnten hier bis ungefähr 28.800 rum. Wäre dann so eine Möglichkeit, hier einen Short reinzusetzen. Wenn wir uns das Prozentual angucken, 1,25% geht absolut klar. Doppeltop reinkriegen und dann eben die Erholung. Und wenn wir dann so die ersten Ziele rausnehmen, auch hierfür ziehen wir uns mal das FIP einerseits von dieser Gesamtbewegung nach jetzigen Stand. Da seht ihr auch, okay, Golden Pocket liegt direkt dort, wo unser CME Gap ist, wo diese Ineffizienz liegt. Also sehr, sehr gut eigentlich wieder mal getimt von den Leuten, die die Märkte nach oben hin pushen. Und ansonsten gehen wir nur von dieser letzten Bewegung aus. Schauen wir auch mal ganz kurz so das Zwischenfazit an. Sind wir so bei 27.3. Das wäre dann hier ungefähr diese ehemalige Range, die wir hatten, wenn wir die einfach nochmal backtesten würden. Also das sind jetzt erstmal so die Level, die ich für den heutigen Tag im Blick habe. Kriegen wir das Doppeltop rein. Wäre schön, wenn wir nochmal eine Korrektur sehen. Dann vielleicht neuer Long-Versuch, so um die 27.3. Mit einem Stop-Loss muss aber dann unter das CME Gap nach jetzigem Stand sein. Aber man muss dazu sagen, Montag meistens Fake Move. Wenn wir so einen Montag beginnen, muss man da echt ein bisschen vorsichtig sein. Kann nicht sein, dass wir im Laufe des Tages einfach hier noch so ein bisschen konsolidieren, dann diesen Wig nach oben kriegen und dann erstmal wieder ordentlich Abfahrt kriegen Richtung 26.900 US-Dollar, wo unser Golden Pocket nach derzeitigen Stand liegt. Aber wir können froh sein, endlich mal wieder ein bisschen Bewegung, endlich mal wieder ein paar Trades eingehen. Volumentechnisch waren halt jetzt diese Wigs, aber so phänomenal war das halt auch noch nicht. Also wir dürfen das Ganze jetzt nicht überbewerten, verfallt jetzt nicht irgendwie ein FOMO oder sowas. Die 25.4 sind meines Erachtens nach immer noch nicht raus. Aber gut, das nur so zum jetzigen Stand. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum hat im Endeffekt das Gleiche gemacht, auch komplett übertrieben, beziehungsweise auch das Golden Pocket anvisiert. Short, wir haben ja hier schon den Short besprochen letzte Woche, den ich mir gerne holen würde. Der wäre auch perfekt nach jetzigen Stand abgeholt worden. Nur es war über Nacht und ich will keine Limit Orders. Vor allem so ein Move über Nacht zu deuten, war jetzt auch nicht absehbar. Deswegen, ich bin hier noch nicht in der Short. Ich warte dann auch im Endeffekt jetzt hier auf das gleiche Prozedere wie bei Bitcoin. Ein Stunden Chart, keine Bearish Divergence, also für mich momentan noch gar nichts zu shorten. Besser wäre es, okay, Doppeltop, Liquidität abgreifen und dann zumindest mal wieder hier runter Richtung 1.850 US-Dollar runterzukommen. Das wäre so der erste Step, den ich mir vorstellen könnte. Wir haben die Range gebrochen, schön impulsiv, auch mit mehr Volumen, aber dafür muss halt jetzt auch ein richtiger Abtrend reinkommen. Also ein höheres Tief wäre nochmal wünschenswert, um dann, sage ich mal, den nächsten Step nach oben hin zu machen. Auch hier sehr, sehr interessant. Klar, wir haben die hochs rausgenommen. Das ist der erste Schritt zur Trendwende. Aber nach dem Golden Pocket hier oben wurde kein höheres Hoch mehr gebildet. Wir haben genau die Liquidität abgegriffen. Das war es dann auch. Beziehungsweise hier ist noch so ein kleiner Week, den wir uns auch holen könnten. Das wäre dann hier dieses Doppeltop, bevor wir den Abverkauf sehen. Also da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Das Gute wäre, unser Setup, welches ich jetzt hier, hätte sich jetzt ein bisschen verschmälert. Das heißt, wir hätten hier nur noch 1,9% Risk. Aber da warte ich jetzt noch drauf. Im Laufe des Tages sollten wir uns hier wirklich das Doppeltop holen, mit deutlich weniger Liquidität. Wir kriegen hier Bearish Divergence rein. Dann werde ich hier auf jeden Fall einen kleinen Short reinwagen. Kurzes Ding zum Setup. Erster Take-Profit wäre dann auf jeden Fall hier die 1.882 beim 0,5er und das Golden Pocket dann sehr wahrscheinlich sogar der zweite Take-Profit schon. Nehmen wir die ganze Bewegung, schauen wir uns das auch mal ganz kurz an, wie das hier aussieht. Dann wären wir hier im Endeffekt wieder bei diesen 1.826. Da, wo jetzt der Pump im Endeffekt begonnen hat, auch so ein kleines Gap, was wir hier unten drin noch haben. Das können wir auch mal einzeichnen. Also das sind so die Level, die ich dann im Laufe der Woche jetzt wieder einpeile für das höhere Tief nochmal, um dann gegebenenfalls das Trendwende nach oben hinzukriegen. Das würde dann so, wenn Mittwoch Entscheidung ist, würde das sehr, sehr gut passen. Wir haben dann am Donnerstag die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, ADP, Beschäftigungsänderung, Freitag durchschnittliche Stundenlöhne und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Es könnte eine sehr, sehr bullische Woche für uns werden, aber wir dürften halt jetzt noch nicht zu übertrieben hier uns freuen, dass das jetzt alles schon ein Ende gefunden hat. Gut, dann war es das jetzt erstmal so zu Bitcoin und Ethereum. Schauen wir uns noch mal ganz kurz die Newslage an, wenn es irgendwas gibt. Ich habe es natürlich wieder nicht vorbereitet, ihr wisst es natürlich. Demokratisierung von KI durch Blockchain unerlässlich. Klingt gut. Janet Adams, COO von Argex, glaubt, dass die Blockchain für die Demokratisierung leistungssteiger Technologien, wie die künstliche Intelligenz, KI, entscheidend ist. Klingt das schon mal gut. Lest euch das gerne durch. Der Artikel müsste mittlerweile schon in der Telegram Talk Gruppe drinnen sein. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch heute einen schönen, entspannten Montagmorgen. Genießt den Feiertag für jeden, der frei hat. Gloppt sich zu viel auf den Chart, wenn es irgendwas gibt. Telegram Talk und Signalgruppe gerne reinscheuen. Das war es von mir. Wir hören uns eventuell später nochmal. Weiß ich aber noch nicht, wie ich Bock habe bei dem Wetter. Aber ansonsten, schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.